Willkommen zu unserem kleinen Infovideo. Wir hatten ja vor kurzem noch ein Gewinnspiel bei uns laufen, der auch abhängig war mit unserem Uploadplan. Und heute haben wir über die Seite random.org, random.org, egal, haben wir heute mal die Gewinner ausgelost. Und zwar den Hauptgewinn The Secret World geht an Gamer Nick. Ich werde den Key auf jeden Fall mal übersenden. Die anderen beiden Spiele von The Secret gehen an Imperator und Turbulent. Auch hier natürlich noch ein Unbegriffbünsche. Und wir werden euch da auch die Stream-Gifts in den kommenden Tagen dann überreichen. Ganz offiziell natürlich. Ganz offiziell natürlich, mit Schleiß und allem. Das war's auch schon von uns und wir wünschen noch einen schönen Tag.